Hallo, wer hat uns gedacht, das ist mittlerweile schon die 17. Folge von diesem Spiele, 10 Millionen. Und ich wollte das am Anfang einmal durchspielen. Oje. Ähm, okay, wir bekommen kein Gold, wenn wir das Ding anhaben, sehe ich gerade. Ähm... Gut, ich sage mal, wir versuchen noch 3x die 4 Millionen zu erreichen. Und wenn nicht, nehmen wir wieder den Trank raus, damit wir Gold farmen können. Also das ist Versuch Nummer 1. Versuch Nummer 1. Shit, ich will den Schlüssel nicht verschwenden. Ha! Aber den verschwende ich jetzt. Hey, ich tust doch so viel auf dem Bildschirm, ich mache gerade zu scheitern. Da. Noch mal einen Schlüssel, wir haben aber nichts. Ah, komm weg mit dem. Weg mit dem Schrott. Oh, sehr schön. Weg mit dem. Äh... Der ist aber gegen Magie, hätte er nicht gerne gehabt, jawohl. Magie haben wir gerade aber nicht mehr viel auf dem Bildschirm, wegen dem... ...must du dich mit dem Schwert begnügen. Oh, ich kann nicht schon wieder scheitern am Anfang. Ah, da haben wir noch Magie. Los. Es hat einfach wieder viel zu viel Stein auf dem Bildschirm. Und keine Schlüssel. Keine Schlüssel. Keine Schlüssel. Oh, wir verschwinden. Okay, Versuch Nummer 1. Gescheitert. Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2. Oh, ich bin gespannt, wie das... wie lange das noch geht. Ich kann ja nicht aufhören mit dem... Oh, Scheisse. Versuch Nummer 2. Total versau. 370.000. Das sollte doch gar nicht möglich sein, so wenig zu machen mit 110 Multiplikator. Hm. Anyway, Versuch Nummer 3. Okay. Oh, wenn wir dann auch jetzt nicht weiterkommen, dann... Ja, ich habe gesagt, ich schalte den Spruch ausschalte... äh... äh... ... den... ... Zauberdrang ausschalte. Aber ja... Dann machen wir das halt. Und farmen zuerst noch ein wenig, damit wir den Rest aufwerten können, bevor wir den... ... Erfolg holen. Ah, Mann, nein, da ist doch Schluss. Schloss, Schloss, Schloss. Eins und zwei. Und können wir dann nochmal hier machen? Eins und zwei, da... ja. Und weg mit dir. Ah, nein, der hat die Magie nicht gegeben. Gern dem Magie. Nochmal Magie. Und dann haben wir hier noch... What? Ehm... Was will der Bär eigentlich? Oh. Moment. Hm. Ah, ich sehe gerade nichts. Ah, doch, doch. Der kann weg. Nein, völlig verschwendet. Aber da haben wir nochmal zum Glück. Oh. Und genug. Sehr gut, sehr gut. Und zack. Wow. Gerade weggehauen. Schade, dass wir gerade noch weggehauen hätten mit einem. Einmal Schlüssel. Und zweimal Schlüssel. Und zweimal Schlüssel. Und zweimal Schlüssel. Fuck. Ah, doch. Ah. Oh je. Nein, wir verschwinden. Doch nicht in unserem dritten. Nein. Okay, das ist knapp gewesen. 3,1 Millionen. Machen wir ausnahmsweise noch einen vierten Versuch, bevor wir das deaktivieren. Oh, der startet schon mal nicht so gut. Das ist jetzt viel zu lang gegangen, bis ich da... ...reagiert dann. Vor allem bin ich jetzt wieder total blind. So. So. Kommt es mir nicht mehr in die Quere, Junge. Warte, warte. Ich habe hier noch einen Schlüssel. Und hier nochmal. Und Holz, Holz, Holz. Weg mit diesem Holz. Oh, das Schwert. Wir brauchen Schwert für den. Und für den brauchen wir Magie. Wobei der ist allgemein recht stark. Da kommen wir. Jawoll. Also der Versuch. Nicht ganz so schlecht. Bis jetzt. Da haben wir schon übles Zeug geleistet. Ah, da unten. Ich brauche noch ein Schwert. Oder Magie. Jawoll. Jetzt muss man... Oh, Dino. Da hauen wir gerade alles raus, was wir haben. Aus Panik. Ich brauche noch etwas zum Angreifen. Nicht nur Holz. Jawoll. Essen. Und zack. So. Und... Oh, wir sind noch genug weit vorne. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, wir sind schon ein wenig weiter zurückgefallen. Oh, geil, 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 geil. Aber... Ungeil. Ah, doch. Eins. Und... Zwei. Jawoll. Oh je. Ah, doch, doch. Da oben haben wir noch einen. Holz weg. Oh, was gut wäre... Wäre... Ein Schlüssel. Haben wir... Ja. Oh nein, zweiter Schlüssel. Haben wir auch. Entering Next Level. Und wir haben die 4 Millionen schon. Haben wir sie? Ich brauche... Äh... Ball, Ball, Ball... Panik. Jawoll, wir haben sie. Wir haben sie geschafft. Zum Glück habe ich den letzten Versuch noch gestartet. Ah, und jetzt bin ich ja gescheitert. Aber wir haben die 4 Millionen. Wir sind jetzt ein Hero. Wo? Aha. Haaaaaaah. Herrlich. So fühlt sich... Sieg an. Und dann werden wir hier nochmal upgrade. Haben wir, haben wir, haben wir. Und den können wir auch noch. Ich glaube jetzt haben wir das auf dem Maximum oben. Oh nein, 6-6-5 ist nah. Aber da sollte man den letzten Drang freigeschalten haben. 15% Score. Aber Enemies hit 30% harder. Harder, harder. Sie schlagen harder. Ich glaube, den machen wir noch nicht an. Und... Machen wir den weg. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache den weg. Damit wir noch ein bisschen können... Ja... Okay, wir farmen noch ein bisschen Gold. Ich will alles upgraden. 7 Millionen Punkte. Jetzt habe ich doch den Spruch gerade deaktiviert, den Zaubertrank. Die wollen mich in Versuchung führen. Klick, klick, klick. Oh, da haben wir wieder ganz neue Gegner. Oh, der hält etwas aus. Ah, aber Schwert ist er empfindlich. Sehr gut. Der hält nur Magie gut aus. Schlüssel 1 und Schlüssel 2. Und Schlüssel 3. So, wie gefällt dir das? Oh, ich sehe den Gegner gar nicht. Ähm, ich will doch Schwert machen. Duanen. So, wieder viel, viel Stein auf dem Bildschirm. Schlüssel 1, Schlüssel 2. Kuchen! Und ich haue einfach einmal rein, obwohl wir nichts sehen. Oh, das geht gut schild. Und weg mit den Steinen. Und weg mit dem Holz, habe ich sagen. Geht nicht. Oh. Oh, da oben doch. So, nochmal. Nochmal. Shit. Es wird scheiter. Wir vergüren hier gerade anders viel Zeit an diesem Gegner. Also, Schlüssel 1, Schlüssel 2 ist hier unten. Und Holz ist wieder weg. Okay, Schlüssel 3 haben wir hier oben. Let me do it. Let me do it. Ah, Schlüssel 4. Ah, den benutzen wir. Komm schon, komm schon. Nein, ich will mich verarschen. Jetzt habe ich so lange gewartet gehabt. Ich gebe ihm ein Special Combo. So. So, jetzt wird es, glaube ich, knapp langsam, oder? Eine, zwei. Eins, zwei, drei. Oh, er lebt immer noch. Shit. Wie viel haltet ihr euch? Immerhin, Farm. Match 3 haben wir geschafft. Aber sieben Millionen Punkte noch nicht. Okay, wir haben bis jetzt noch nie sieben Millionen erreicht. Kein Wunder. Hm. Ist das jetzt eigentlich das einzige Achievement, das noch offen ist? Sieben Millionen? Ja. Ja. Ähm. Wir brauchen aber noch einiges an Gold. 5700. Ah, warte. 5700. Hier unten. Das machen wir noch gerade. Yes. Und wir haben alles upgraded hier. Alles upgraded hier. Alles gekauft hier. Und Schild brauchen wir noch ein wenig. Und hier unten auch. Aber was haben wir eigentlich aktiv? Wir holen es. Und wir bekommen Gold. Ah ja, Ranged Attacks macht nichts. Damage haben wir. Den tun wir mal raus. Den können wir eigentlich drinnen lassen. Der ist gut gewesen. Da wollen wir nicht, weil Experience haben wir schon genug. Ja, das brauchen wir schon lange. Hm. Double Shields ist halt schon gut gewesen. Muss ich sagen. 15 Score. Ja komm. Schauen wir mal. Sonst machen wir die Schilder auch noch an. Die verdienen zwar kein Gold mehr, aber... Mal schauen, wie es so läuft. Berlin? Berlin. Nein, Berlin. Nicht Berlin. Ein Berlin in Berlin. Ah, da eine! Oh je, erlaubt er immer noch! Die Anjagaren, die ewig glaubende! Jawohl, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir! Wir sollten alle weggehen! Lass mich in Ruhe! Ah, nochmal Schlüssel! Da haben wir ja noch einen Schlüssel, Gott sei Dank! Und weg! Oh, der war ja schön! So, jetzt aber Holz weg! Schild daher! Dann haben wir noch mehr Holz und Stein... Die haben wir ja... So, so Schlachtel läuft das doch gar nicht! ... Warte, ein Schlüssel! Da vorne habe ich noch einen Schlüssel gesehen! Ja komm, gegangen von der Leih auf! Ich mach den Schlüssel jetzt gleich noch! Oh, was bist du für ein Geselle? Moment, ich brauche da ein bisschen Schild! Ah! Und Holz! Ich muss sagen, weg Holz! Viel zu viel Holz! Zu viel Holz vor der Hütte! Ein sehr grosses Problem! Oh! Oh! What the hell! Nein Mann, der macht mich fertig! Ich mach ihn fertig! Ich mach ihn fertig! Habe ich ihn fertig gemacht? Hey, der ist... Der ist irgendwie falsch gestanden am Schluss! Oh, gerade mal eine krasse Kombo zum Anfang! Und schon mal krass hängenbleiben zum Anfang! Hier oben! Jawohl! Diri! Ich schlitze dich auf, Bär! Oh nein, nein, nein! Ich brauche Schlüssel! Einer! Und zwei, wollte ich sagen! Aber jetzt zwei! Und hier haben wir noch ein paar Steinchen, wo wir gemühen! Mierestein! Wir bezeichnen hier Nierenstein! Einfach so! Und, ey, jetzt haben wir gerade die ganze Reihe fast weg! Ah, super! Ja, Buuu! 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 Das schlatt gespendet! Aber hier sind Drachen, oder? Und dann brauchen wir noch eine Karte! Und dann brauchen wir eins und zwei! Nein, zwei kommt hier unten! Jawohl! Und jetzt brauchen wir noch Holz! Was? Das... Gesperrt haben wir noch genug auf der Karte! Ja, es läuft gut! Das läuft gut! Wir brauchen einen Schlüssel! Einen haben wir! Und eine zweite! Die... Das sehe ich gerade nicht! Warte! Aber jetzt! Oh, oh, oh! Oh, what the hefty combo! So, jetzt... Der Drache! Er muss weg! Dieses Level ist zu klein für uns beide! Ja, und... Oh, nochmal das Schloss! Warning! 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 You enter a new level! Warning! Oh, ich habe schnell auf ein Score geschildt und wir haben tatsächlich die 7 Millionen schon überschritten. Jihah! Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber ja, es läuft auch gerade nicht so schlachtig. Ui, da ist das gerade sehr geil gelaufen. Moment! Ich haue dich auch noch weg. So, und jetzt brauche ich glaube ich mal einen Ball. Ich kann mich auch hier rüber. Oh, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe gemeint, da kommt ein Schloss. Wir haben nicht mehr so viele übrig. Mach, 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 mach. Einen übrig. Jawohl. Und... Ein Schloss. Nein! Hey, wir haben 10 Millionen erreicht! Heisst das, wir haben es geschafft? Heisst das, wir haben es geschafft? Heisst! Jaaa! gathered! DUMB! Oh, es war etwas lustig, es ist fast 1 am Morgen, es hat vielleicht nicht so rumgeschreien. Zum Glück sind meine Nachbarn taub, aber wir haben es geschafft. Nach 17 Folgen sind wir in der Freiheit angekommen. Ich danke dem Macher für das Spiel, es ist sehr süchtig, es hat mir Spass gemacht fast die ganze Zeit. Aber 640 Stunden haben wir insgesamt gehabt im Dungeon, super. 1098 Monster Kills, 456 Kisten geöffnet. Best Score 10 Millionen. Ich meine, letztes Score fast verdoppelt. Insgesamt, wow, verdoppelt. Jetzt mir alle da, danke fürs Testen. Und Nathan, Lee und Theo. Ja, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in diesem Lauf schon beenden würde. Vor allem, die beste Score ist irgendwie mehr als 5 Millionen gewesen. Und ich habe jetzt gerade 10 Millionen gemacht. Das ist wirklich geil. Highest Chain 13, super. 17 Boss Monster. Was haben wir noch? Ah ok, keine Statistiken mehr. 92'000 Gold haben wir gefunden. 24'000 Holz. 25'000 Stein. Schaubeartig. 155'000 Experience. 1'468 Foreign Arrows. Immerhin 136 Fives. Und 6. Okay, Special Thanks to Bob. Diri. Bitte, bitte, ich danke, dass ihr das Spiel gemacht habt. Wir können weiterspielen, aber nein, das würden wir nicht machen, wir haben 10 Millionen überschritten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und danke, dass ihr den Spass mit habt.